was hier alles läuft, dann habt doch den Anstand, legt euer Amt bitte freiwillig nieder, liebe Bundesregierung. Dann können wir nämlich aus der NATO raus, dann können wir nämlich anfangen Waffen abzubauen, dann können wir vielleicht andere Energien aufbauen. Erst dann ist das Ganze alles möglich, wenn dieses System nicht mehr ist, wenn da oben nicht mehr welche sitzen, die sich die Taschen voll machen auf Kosten der Menschen im Land. Also ich fordere hiermit und ich hoffe, das werden immer mehr Menschen, die das machen, dass diese Bundesregierung dieses Land oder ihre Ämter freiwillig niederlegt und zwar so schnell wie möglich. Danke.